hallo leute willkommen zu einer runde qsg auf der map nuketown das ist eine ganz schnelle map und die runde wird vielleicht auch wieder schnell werden wenn ich sie gewinne natürlich noch was ich natürlich auch hoffe weil es ist schon meine fünfte aufnahme oder so und ich wollte was ansprechen ich werde wahrscheinlich so ein 700 abonnenten special machen und dann werde ich so 50 also 50 kills ankert machen vielleicht und damit ihr seht mit einem kill counter wahrscheinlich muss ich doch schauen ob ich den einbaue und ob ich auch kann das ändern aber ich denke das mache ich schon wenn es nicht so viel arbeit und ja ich hoffe ihr wollt dass auch so ein anker dings weil ich bringe eigentlich so gut wie fast nur qsg auf meinen kanal wenn ihr qsg bockt an in letzter zeit richtig und weil es gehe halt auf meinen pc noch ein bisschen direkt und deshalb muss ich warten bis ich einen neuen pc habe damit ich es gehe aufnehmen kann richtig also es hat sich 60 fps natürlich meine ich und er spammt richtige spammerino aber den dürfte ich haben wenn es nicht schief läuft hat er eigentlich den 1 getötet ja hat er lol ok dann gehe ich ein bisschen zurück weil er regt jetzt ziemlich gut wenn ich den vielleicht holen ok dann bin ich vielleicht voller und jetzt kann ich ihn holen so kommt nachher du hast ihn leise ich werde ja nice ok das war eine kurze runde aber ich hoffe euch hat es trotzdem gefallen und dann würde ich sagen tschüss